Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Nedi und ich bin Teil der Beauty Twins. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen. Also abonniere gerne unseren Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpassen kannst. In diesem Video möchte ich dir gerne neue Kontaktlinsen vorstellen. Und zwar hat mich eine Firma namens Desio kontaktiert und haben mich dazu aufgefordert, mal ihre Kontaktlinsen zu testen. Dieses Video ist also in Kooperation entstanden. Es gibt keinen Rabattcode, aber es gibt dafür meine ehrliche Meinung. Und ich werde euch auch ein Try-On sozusagen bieten. Also ich werde euch hier oben mal die Farben und die Kontaktlinsen getragen zeigen. Und ich würde sagen, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bleib doch gerne dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Kontaktlinsen, die kamen sehr gut verpackt in so einem Paket. Die Firma hat mir eine ganze Kollektion zugeschickt zum Testen. Und zwar ist das die Attitude Desio Contact Lenses Reihe. Und das ist alles hier in so einem schönen Heft dargestellt. Soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es einmal Tageslinsen, Monatslinsen und Quartalslinsen. Ich werde euch heute Romantic Blue Wild Green in Delicious Honey vorstellen. Das sind diese Farben hier unten. Bevor ich euch die Kontaktlinsen zeige, möchte ich euch gerne noch ein paar Worte zu dieser Kontaktlinsenfirma sagen. Ich persönlich bin super zufrieden mit den Kontaktlinsen. Ich habe mir wirklich sehr viel Zeit gelassen, dieses Video hier zu machen. Ich habe schon sehr viele Instagram-Posts bzw. Beiträge für euch veröffentlicht. Da könnt ihr euch auch mal auf meiner Instagram-Seite ein bisschen umschauen, denn dort trage ich die Kontaktlinsen von Desio. Und sowas entsteht einfach aus purer Zufriedenheit. Ich bin sehr zufrieden. Die Kontaktlinsen sind schön weich, sind wirklich sehr angenehm beim Tragen. Ich habe auch mal auf der Homepage geguckt. Preislich ungefähr 40 Euro. Aber das sollten euch gute Kontaktlinsen definitiv wert sein. Die Kontaktlinsen sind so im Hydro-Gel-Style, also so einen Feuchtigkeitseffekt haben die Kontaktlinsen. Sehr sicher sogar auf Instagram werdet ihr mit den neuesten Informationen im Prinzip umgeschmissen, sage ich jetzt einfach mal, wenn es dann ein neues Modell gibt. Das ist jetzt definitiv nicht die einzige Kollektion. Schaut euch gerne dann auch mal um, wenn jetzt nicht die passende Farbe für euch dabei ist. Also wir haben im Prinzip in der Attitude Collection glaube ich fünf Töne. Einen Ton haben sie glaube ich ausgelassen. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung. Das kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen. Hier haben wir auf jeden Fall viermal Kontaktlinsen zum Testen. Das ist im Prinzip eine Kontaktlinsen bzw. ein Kontaktlinsenpaar ohne Stärke. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mit Stärke bestellen könnt. Ich würde mal sagen eher nein. Das sind Farblinsen, haben eine unheimlich gute Deckkraft. Also ich habe schon sehr viele Kontaktlinsen ausprobiert. Auch schon sehr viele aus Amazon bestellt. Die Farbe bzw. die Deckkraft hat mich sehr überzeugt. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Ich würde niemals Videos machen, wo ich nicht hinterstehe. Und zu diesem Kontaktlinsen stehe ich aber dahinter. Vorneher wieder Fragen kommen, wie man Kontaktlinsen einsetzt und so. Videos sind schon längst abgedreht, für euch bereitgestellt. Würde ich jetzt einfach sagen, bedanke ich mich, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Und dann jetzt viel Spaß in vollem Modus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, die UNR bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.